Es geht weiter mit normalen Vorträgen. Jetzt erstes heute Morgen nach der Keynote Holger Krekel. Er erzählt was über die neuesten Entwicklungen im Bereich PyTest. Viel Spaß. Danke. Ah, kann ich verstehen. Gut. Das ist ein Check. Kommen alle klar mit Deutsch? Dann würde ich es mal in Deutsch probieren. Oder kommt jemand nicht klar mit Deutsch? Was? Ah, okay. Is anybody not happy with hearing the talk in German? Well, I can ask many questions. Okay, also. Erstmal kurz ein paar zur Einführung. Was mich sehr gefreut hat im letzten Jahr, gab es einige Leute, die zu PyTest-Usage gestoßen sind. Auch viele aus den USA. Alex Gayner, Entwickler von PyPy und Django und vielen anderen Sachen, benutzt quasi nur noch PyTest. David Cramer, auch der Prototyp eines Amerikaners, wer ihn kennt, der Sentry gemacht hat und Disqus und ein paar andere Dienste, benutzt das nur noch. Und auch eine Reihe von anderen Leuten. Und ich werde mal versuchen, ein bisschen zu erklären, wo das vielleicht herkommt, indem ich ein bisschen durch die ganze Feature-Liste gehe und was PyTest derzeit macht und auch in Zukunft machen wird. Wer mich nicht kennt, ich habe irgendwie eine Reihe von Projekten in der Python-Welt in den letzten zehn Jahren oder 13 Jahre mittlerweile mitgewirkt. PyPy-Projekt habe ich mit gegründet, war da sieben Jahre Core-Developer. Dann eben eine ganze Reihe Sachen in der Testing-Welt, PyTest, Tox und auch ExactNet. Das ist eine Library, mit der man zum Beispiel zwischen Python 2 und Python 3 sehr schön kommunizieren kann und man noch irgendwie alte Treiber benutzen muss. Das hat zum Beispiel Quora gemacht. Die haben also eine Python 3-Entwicklung, benutzen aber noch unter Python 2 dann Treiber damit. und ja, ich mache im Prinzip auch Open-Source-Consulting für verschiedene Firmen und Trainings in letzter Zeit, im letzten Jahr vor allen Dingen ziemlich viel. Gut, direkt zu PyTest. Die fundamentalen Features, wie es immer wieder beworben wird, ist, dass es eine automatische Testfindung gibt. Ich habe also ein Projekt und habe da Testfiles und habe in diesen Testfiles, in diesen Python-Files Klassen oder einfach Direktfunktionen, die mit einem Test-Prefix versehen sind und die werden dann alle automatisch gefunden. Und ganz wichtig ist bei PyTest, wenn, und das ist der entscheidende Fall, mit dem Testing-Framework, es ist ja nicht interessant, wenn die Tests funktionieren, wenn alles okay ist, dann sieht man halt Punkte und alles ist super. Sondern der interessante Fall ist ja immer, was macht das Test-Framework, wenn Fehler passieren? Und da liegt halt sehr viel Fokus drauf. Bestimmt 20, 30 Prozent der Entwicklungsarbeit im PyTest beschäftigen sich nur mit der Frage Reporting und Interactions, die man irgendwie hat. Wenn ich eine Extension schreibe, dann kann ich die so schreiben, dass sie in mehreren Projekten einsetzbar ist ohne Probleme. Und ich kann auch mehrere Extensions haben, die kollaborieren alle. Das liegt am Plug-in-System. Das heißt, bei Unit-Tests ist es oft so, dass man sich dann Test-Case-Subklassen bildet und dort irgendwie spezielle Sachen macht. Das lässt sich aber relativ schwer in anderen Projekten verwenden und ist insofern nicht so gut kombinierbar. Ein ganz entscheidendes Feature, was denke ich auch einige von den Endorsements ausgelöst hat, ist das ganze Fixture-System. Darüber werde ich ein bisschen reden. Andere Features ergeben sich aus den Plug-ins, zum Beispiel das Verteilen von Tests. Da gucken wir auch kurz rein. Aber wir machen auch einen kurzen Überblick über die, sage ich mal, anderen 40 bis 50 Plug-ins, die es gibt. Also Cross-Projekt heißt, man hat ein Command-Line-Tool, das ist extern zu seinem eigenen Projekt, im Fall Test. Und man kann aber natürlich auch projektspezifische Extensions machen. Das betrifft sowohl Fixtures als aber auch Plug-in-Extensions. Also Conf-Test-Files sind im Prinzip auch lokale Plug-ins. Die gelten dann nur für das Projekt. Wenn man das dann irgendwann als ein Projekt auf PyPie uploadt, und dann kann man auch tatsächlich einen Import-Fart angeben. Und dann wird aber halt trotzdem gucken, wo liegt das im Fall-System und von da aus dann wieder die Tests collecten. Das ist manchmal ganz sinnvoll, das zu machen, aber in meinem Projekt mache ich das in der Regel nicht. So, Test-Discovery, schon erwähnt, Test-Prefixe gelten für die Files, als auch für die Funktionen, als auch für die Clusten. Das heißt, man muss nicht irgendwie was registrieren in irgendwelchen Test-Suites oder ähnliches, sondern diese ganzen Dinge passieren automatisch. Das sind bestimmte Defaults, Konventionen, die halt auch über mehrere Projekte gelten. Man kann die ändern an seinem Projekt. Einige Leute machen das. Und das bedeutet, ich kann auch meine Test-Funktionen anders benennen. Ich kann sagen, die heißen Check underscore oder sonst irgendwie. Das Interessante hier ist, dass ich rede jetzt zwar in diesem Talk vor allen Dingen über Python-Tests und das ist auch der Haupt-Use-Case, wie es die meisten Leute benutzen, also Klassen, Funktionen und so weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das sieht man an den Plugins auch, dass ich im Prinzip komplett andere Languages einbinde. Also ich kann zum Beispiel eine Spezifikation haben in YAML und definiere mir sozusagen eine Language, was ich da genau abtesten will. Zum Beispiel irgendwelche URLs, Status-Return-Codes, da gibt es ein Plugin. Und dann wird das genauso eingesammelt, neben den Python-Tests. Aber wir werden in diesem Talk vor allen Dingen über die Python-Tests reden, weil das auch der Default ist, der im Core implementiert ist. So, das ist das Keyword No-Boiler-Plate. Das bedeutet einfach, dass man im Prinzip nicht viel wissen muss, um mit PyTest anzufangen. Man muss weder irgendwelche Import-Phade kennen, man muss im Prinzip nur diese Konventionen kennen, wie kann ich eine Testfunktion schreiben, und man muss das Assert-Statement kennen. Und das bedeutet, dass ich das Assert-Statement einfach, das wird vom PyTest so beworben, das sind die anderen 30% der Entwicklungsarbeit, die daran reingeflossen sind, dass das Assert-Statement auf diese Weise benutzbar ist. Das ist vor allen Dingen nochmal, falls jemand hört, der sagt, PyTest sei irgendwie magic, in dem, wie es das macht. Das gilt mit Einschränkungen, aber nur noch bis PyTest 2.2 oder 2.1. Und dann hat nämlich Benjamin Peterson, das ist auch einer der Python-Release-Manager, der hat das Assert-Statement so verbessert, dass dort keine Probleme auftreten, wenn ich irgendwie Seiteneffekte habe. Wenn ich also hier einen File.read habe und das irgendwie abgleiche, dann gibt es dort keine Probleme, das war vor 2-3 Jahren noch anders. Also sprich, dieses Assert-Statement funktioniert immer und ist insofern auch ohne Bedenken zu benutzen und gibt einem sinnvolle Informationen, da kommen wir gleich zu. Das ganz kurz hier. Bei Klassen gilt, es ist wirklich genau dieser String, Capital Test, der notwendig ist, das kann man eben customisen, wenn man will, aber das ist auch eine ganz gute Konvention. Man muss nichts subklassen und man kann die Testklassen, das hängt zusammen auch mit dem Fixture-System, im Prinzip für ein logisches Grouping verwenden. Also ich kann sagen, ich habe hier ein Feature, was ich teste in einer Klasse und da gehören ein paar Unit-Tests zu, da gehört aber auch ein funktionaler Test zu. Das heißt, ich habe das wirklich nach dem Feature sortiert, das Test, die Testklasse und nicht danach, wie ich irgendwie das Setup machen muss, damit ich diese Tests laufen lassen kann. Und wie das funktioniert, hängt am Fixture-System, dass man da wesentlich mehr Flexibilität hat, wie man seine Tests organisiert. Genau, also zum Thema Assertion, Introspection, die Unit-Tests, vermute ich mal, wer kennt Unit-Tests? Okay, das sind quasi alle. Dann kennt ihr auch sicherlich die ungefähr 30 oder 40 verschiedenen Namen, die es gibt, wenn man irgendwie Abgleicher machen will. Also zum Beispiel Assert-Equal, Assert-Not-Equal. Es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe von Assert-So-und-So-Contains-Methoden. Aber ich habe mal so einen kleinen Survey gemacht, zum Beispiel in der Requests-Library oder auch bei Mox selbst oder in verschiedenen anderen Test-Suites. Und die meisten Leute, und das ist bei mir auch so, können sich diese ganzen Namen alle gar nicht merken oder wollen sie sich nicht merken. Und stattdessen gibt es dann ganz oft ungefähr so 10, 20 Prozent mindestens in quasi allen Unit-Tests-basierten Projekten, gibt es Assert-True oder Assert-False. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie fragen will, hat dieses Objekt ein bestimmtes Attribut? Dann weiß man nicht genau, gibt es da jetzt eine Methode, ist die auch schon in verschiedenen Python-Versionen vorhanden oder nicht und so. Also mache ich einfach ein Assert-True. Was dann bedeutet, dass man im Reporting gar nichts sieht. Man sieht sozusagen nur, es falls und so. Das heißt, im Prinzip gibt es zwar diese ganzen Methoden, aber es ist natürlich auch eine bestimmte Komplexität, dass man die immer irgendwie im Kopf behält, was da alles geht. Zumal die dann teilweise noch nach Typen verschieden sind. Bei PyTest ist das so, dass man einfach sein Assert-Statement schreibt und PyTest kümmert sich darum, typ-spezifisch auch, die richtigen Informationen, die man eigentlich sehen will, anzuzeigen. Da machen wir gleich einen kurzen Durchgang. Typ-spezifisches Reporting bedeutet, dass ich also zum Beispiel Listen vergleichen kann oder ich kann auch Contains-Operationen machen oder ich kann auch zwei große Strings vergleichen. Natürlich kann man das immer machen, aber die Frage ist, was passiert, wenn das fehlschlägt? Was wird dann angezeigt? Die zweite Sache ist die, dass man eine Sache kann man nicht machen mit dem Assert-Statement, das ist auf Exceptions abtesten. Und dazu gibt es dann einen Helper, der ist wirklich im PyTest-Namespace, dazu muss man es dann importieren. Und da sage ich im Prinzip, okay, ich erwarte jetzt hier, dass ein Value-Error geraced wird und dann habe ich den Code, den ich ausführe, der genau das tun soll. Und da wird mir dann ein PyTest sagen, ob das tatsächlich diese Exception geworfen hat oder eine andere Exception oder gar keine Exception. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zwischendurch zu sowas, dann einfach reinrufen, ich wiederhole dann die Frage und dann können wir es direkt klären. So, dann kurz zur Failure-Demo. Also am interessantesten sind, denke ich, das sind jetzt eine ganze Reihe von Failure einfach, am interessantesten sind die typspezifischen Assertions. Hier sieht man unten der letzte Test, der fehlschlägt. Wenn ich also irgendwie abfrage, irgendwas ist nicht in einer Zeile drin. Oder zum Beispiel hier kann man es ganz gut, kann man es ein bisschen besser sehen, weil hier rappt das rum, da ist es dann nicht mehr ganz so schön. Aber wenn die Zeilen nicht so allzu lang sind, dann kann er einem auch genau sagen, dieser String Foo ist tatsächlich aber hier vorhanden in dem String. Das heißt, er highlightet das auch und sowas kann zum Beispiel sehr praktisch sein, wenn man wirklich wissen will, das taucht da jetzt irgendwie, also doch auf, aber wo ist es genau? Bei Multi-Line-Strings macht er das ähnlich. Er zeigt einem also ein paar führende Zeilen an und dann sagt er, okay, genau in dieser Zeile tritt das auf. Bei Contains-Operationen zeigt er einfach nur bei kleinen Listen zumindest an, hier, die Liste sieht so aus, die du da hast und du erwartest eine Eins, die ist da aber nicht drin. Wenn die Listen nicht gleich groß sind, dann ist es auch wieder spezialisiert, dann sagt er, die rechte Liste hat mehr Items und das erste Extra-Item, was drin ist, ist die drei. Oder bei Sets, wenn ich zwei Sets vergleiche, dann sagt er mir, okay, was ist extra drin in dem linken Set und was ist extra drin in dem rechten Set, wodurch das Equality fehlschlägt. Bei Dictionaries ebenfalls, wenn ich also zwei große Dictionaries vergleiche, dann sagt er genau, okay, dieses Items hat hier einen anderen Value. Und so weiter und so weiter. Und wenn die Listen zu groß werden, dann switcht er irgendwann und sagt, okay, bei Index 100 ist genau dieser Value falsch und so weiter. Ihr seht, dass es sozusagen relativ viele Special Cases sind, sodass man sich als Programmierer nicht, also kriegt man meistens, natürlich nicht ganz immer, aber man kriegt meistens sehr hilfreiche Informationen über die fehlschlagenden Assertions. und das wird auch immer weiter improved. Also da gibt es immer wieder irgendwelche Bug Reports nach dem Motto, ich habe jetzt hier das hier und dann ist das hier völlig unhilfreich, was ich da kriege und dann kümmert sich meistens jemand drum, das irgendwie ein bisschen für den Fall so zu generalisieren, dass man dann gute Informationen kriegt. Das heißt, man muss sich als Programmierer da relativ wenig Gedanken machen, wie man, also dass man jetzt auch nicht mit Methodennamen sich merkt, um irgendwas zu vergleichen, und man kann das einfach nutzen. Man kann auch sich selbst projektspezifische Extensions schreiben. Also wenn ich ein User-Objekt habe und darauf irgendwie einen Vergleich mit einem anderen User-Objekt mache und das hat zum Beispiel ein Datenbank-Attribut, dann kann ich das so customisen, dass dieses Datenbank-Attribut mit angezeigt wird. Also ich kann auch, dieses Reporting hier ist pro Projekt auch veränderbar, wenn man das unbedingt will. Okay, also das zum Thema Asserts. Es gibt eine ganze Reihe von Optionen, die schon im Core mit dabei sind. PyTest macht immer, wenn es einen Test ablaufen lässt, macht es Standard-Out-Capturing. Das heißt, pro Test wird festgehalten, was dort auf Standard-Out, Standard-Error ausgegeben wurde. Und wenn der Test fehlschlägt, wird es auch angezeigt. Minus X sagt, geh sofort raus, wenn der erste Test fehlschlägt. Minus K, damit kann ich spezifizieren, wie der Testname aussehen muss, damit überhaupt der Test läuft. Das heißt, ich kann, wenn ich 100 Tests habe, kann ich mit Minus K und Testklassennamen oder Testmethodennamen ganz viele Tests ausschließen und nur diesen einen Test laufen lassen. Minus L erweitert den Traceback, der gezeigt wird und zeigt die lokalen Variablen. Mit Minus Minus TB kann ich den Modus, es gibt vier verschiedene Arten, wie Tracebacks gezeigt werden, kann ich verändern, wer zum Beispiel die Native Tracebacks, die er aus Unit-Test kennt, bevorzugt, aus irgendwelchen Gründen. Der kann einfach sagen, TB Native und kann das auch für sein ganzes Projekt einfach einmal definieren. Und dann kriegt man sozusagen immer die Native Tracebacks. PDB startet einen Python-Debagger, wenn ein Failure auftaucht. Ihr könnt aber auch seit PyTest 2.4 einfach Import, da hat mich Christian Toll dazu gedrängt, Import PDB, PDB.set-Trace, also die ganz normale Invocation, die man macht im Python-Code. Die könnt ihr auch einfach machen und dann sozusagen kommt ihr genau an der Stelle im Programm in den Python-Debagger, trotz Output-Capturing. Das wird dann von PyTest richtig abgeräumt. bevor der PDB-Debagger ansprengt. Okay. Nicht, dass ich es weiß, aber ich habe es, ich benutze, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendjemand gehört, der das entweder benutzt hat, also dass es kein Problem war oder es gab, ich glaube, es ist relativ simpel zu erweitern. Also diese Logik, die bei PDB-Set-Trace gemacht wird, die kann man genauso auf ePDB anwenden. Und das sind ein paar Zeilen Code. Das wäre so ein typischer Feature-Request, der wahrscheinlich auch sehr schnell implementierbar ist. So, Test-Fixtures. Das ist ein bisschen der Bereich, wo es, also mal abgesehen von dem Assert-Statement vielleicht, wo es wirklich eine ganze Menge Sachen auch weiterhin gibt, die sich da fortentwickeln, aber immer in einer sehr rückwärtskompatiblen Art und Weise. und Test-Fixtures sind dazu da, ganz generell, dass ich mir Objekte irgendwie erstmal instanziiere, erzeuge, mir ein Environment erzeuge, in dem dann meine Tests ablaufen können. Wer nur Unit-Tests schreibt, der wird das nicht unbedingt brauchen, weil dann kann ich mir einfach immer die Sachen selbst instanziieren in dem Test. Das ist kein Problem. Aber bei komplexer, wenn man ein bisschen komplexer wird, also mehrere Klassen hat, die voneinander abhängen und ganze Hierarchien aufbauen muss, damit überhaupt irgendwas ablaufen lassen kann, dann braucht man ein bisschen Fixture-Management. Und das ist, wie man das machen kann, wie man sozusagen Fixture schreiben kann, das ist sehr entscheidend dafür, wie oft, also da ist sehr entscheidend, wie oft muss ich ein Setup für eine Applikation, wie oft muss ich das wiederholen, also wie oft habe ich irgendwie repetitiven Code in meinem Testcode, weil wenn ich immer wieder Setup-Funktionen habe, wie ein Unit-Test, die irgendwas aufrufen und das über mehrere Testmodule hinweg und dann sich irgendwas ändert in der Art und Weise, wie die Applikation aufgesetzt wird, dann habe ich ein Problem, weil ich muss durch alle diese Testmodule durchgehen, dann mache ich das vielleicht in einer Subclass und so, aber das wird relativ schnell bei größeren Suites schwierig und deswegen gibt es in PyTest eine zusätzliche Methode, die die Sachen, die Unit-Test macht und Nose, die kommen zum Teil ja ursprünglich auch aus PyTest, also Setup-Class und Setup-Module, aber als wir das dann eingeführt haben, hat PyTest schon dieses neue Fixture-System gemacht und das entwickelt sich gerade auch ziemlich interessant fort. Das heißt, Dependency Injection, dazu sage ich ein Wort, wer das kennt oder nicht, oder wer auch was nicht kennt vor allen Dingen, das ist im Prinzip so, wenn ich eine Funktion oder auch eine Klasse habe, in der ich innerhalb der Klasse, also irgendwo in dem Code, eine andere Klasse, ein anderes Objekt instanziere, wie zum Beispiel jetzt in diesem ersten Fall oben, dann ist das im Prinzip eine implizite Dependency. Ich habe also an der Stelle, kann ich das von außen nicht beeinflussen, wenn ich jetzt hier testen will, diese erste Klasse, dann muss ich das patchen, dann muss ich also smtplip smtp testen, weil ich möglicherweise gar keinen echten Mail-Server verfügbar habe und muss also dann monkey patchen. Da kann man dann die mock-library nehmen und so weiter, aber man macht sich quasi abhängig von der genauen Implementierung, wo das Attribut genau sitzt und bei komplexeren Systemen wird das dann schnell auch unübersichtlich, weil man dann die interne Applikations, den Fluss und die Attribute muss man dann quasi im Test nachbilden und das ist generell eine Sache, das gilt für alle Programmiersprachen, von der abgeraten wird, wenn man testen will, dann sollte man die Dependencies, die man hat, tatsächlich reinreichen. Also sprich, das ist dann eine Injected Dependency und damit ist dem Caller möglich, zum Beispiel einen Test-SMTP-Server reinzureichen, der sich von vornherein anders verhält und wie dann intern das Objekt gemanagt wird, nochmal gerappt wird in irgendeine anderen Helper-Klasse und so, das ist dann völlig egal, weil ich einfach die Signatur so verändere, Responsibility sage, der Caller kann sich entscheiden, was für eine Art von SMTP-Server hier reingereicht wird. Das ist also ein genereller Advice, der gilt auch für Unit-Test, sowas macht Sinn, so seine Klassen zu designen. Bei PyTest wird dieses Injected Dependency Konzept noch sozusagen fortgeführt. Es gibt einen Mechanismus, mit dem ich sagen kann, eine Testfunktion kann Objekte erhalten, eine Injected Dependency und die muss ich irgendwo als Fixture definieren. Ich sage also, ich habe hier eine DB-Fixture, das ist die Namen Matchen aufeinander, also das DB, was ich hier in der Testfunktion benutze, ist genau das DB, was ich über den Fixture-Decorator markiere und dann kann ich in dieser Funktion definieren, wie setze ich jetzt gerade eine Datenbank auf und der Test kann dann einfach sagen, ich will jetzt hier eine Datenbank haben und arbeite damit und hat damit sozusagen die Dependencies, die er hat als Test oder sie, der, nee, der Test, die kommen von irgendwo her und die können halt aus dem selben Testmodul kommen, die können aber auch aus einem Conf-Test-File, was in den ganzen Testdirektorien sitzt, wo ich halt für meine Datenbank, für eine Web-Applikation, für Authentikationsdaten sozusagen schön die Fixtures schreibe und wenn ein Test halt Authentikation braucht, dann sagt er einfach auf oder so und auf ist dann eine Fixture, die mir sozusagen die derzeitige Authentikation liefert, mit der ich mich irgendwo einloggen kann zum Beispiel. So, diese Entkopplung führt dazu, dass man eine ganze Menge Sachen machen kann, über die reden wir jetzt noch und jetzt Alex Gayner hat das auch dann halt in einem Tweet gesagt, okay, also für ihn ist es so, das PyTest vor allen Dingen dieses mit den besseren Tracebacks und Assert-Statements, aber vor allen Dingen auch dieses Fixture-System, was auf einer bestimmten Konvention aufbaut, dass ich halt die Namen wirklich gleich habe, also nimmt den Namen und der muss halt irgendwie als Fixture mal irgendwo deklariert sein, aber das ist es dann auch erstmal und ich kann bei der Fixture-Funktion selbst eine ganze Reihe interessante Sachen machen. Ihr kennt das von Unit-Test, Setup-Class, Setup-Module, eine Setup-Session gibt es nicht, also dass ich einfach sagen kann, ich möchte jetzt hier ein Objekt haben, das ist ein Singleton über den gesamten Test-Run. Hier ist es einfach so, dass ich zu der Fixture-Funktion gehen kann und sage, ach, ich muss nicht jedes Mal für jeden Test jetzt hier irgendeine Datenbank erzeugen mit irgendwelchen Grundtabellen, ich mache das einfach immer pro Modul, also jedes Modul kriegt immer dasselbe Datenbank-Objekt, wenn also irgendein Test ein Datenbank-Objekt anfordert, in einem Modul und ein weiterer Test macht das auch, dann sind das dieselben. Das ist hier kurz vorgeführt mit dem Time-Sleep, dieser Test braucht halt nicht vier Sekunden, wie es wäre, oh sorry, das müsste zweimal DB heißen, da ist ein Tippfehler, also hier muss es DB heißen, dann würde es vier Sekunden dauern, wenn das pro Test gemacht wird, aber ich sage in diesem Fall Scope-Module, das heißt, es dauert nur zwei Sekunden, weil nur einmal das Datenbank-Objekt aufgesetzt wird und wird dann in beide Tests reingereicht. Und wie ihr seht, die Tests müssen das nicht unbedingt wissen. Wenn ich mich also irgendwann später entscheide und sage, ich mache die Fixture jetzt nicht mehr pro Funktion, sondern pro Modul oder sogar pro die gesamte Applikation, das ist dann Scope-Session, ändert sich an den Tests rein gar nichts. Also die Tests kriegen trotzdem ein DB-Objekt und dass das halt reused wird die ganze Zeit, ist dem Test egal. Parametrisierung. Das wird von einer ganzen Reihe von Leuten auch intensiv benutzt. Und ich kann bei einer Fixture-Funktion sagen, die ist parametrisiert. Das heißt, die gibt es in zwei Varianten hier in diesem Fall. Zum Beispiel, wenn ich eine MySQL-Database oder eine Postgres-Database habe, dann möchte ich alle Tests, die die DB-Fixture benutzen, die Database-Fixture, die sollen zweimal laufen. Die sollen einmal laufen mit dem MySQL-Backend und die sollen ein zweites Mal laufen mit dem Postgres-Backend. Und das kann ich, wie ihr wieder seht, direkt in der Fixture-Funktion definieren. Das ist dann ein bestimmtes Protokoll, da kann man sich dann, das nennt sich Test-Request-Objekt, da sind eine Reihe von hilfreichen Parametern drin. Da kann ich dann also abfragen, bin ich jetzt gerade aktiv für die My-Variante oder in dem anderen Fall für die PG-Variante und gebe dann eben entsprechend ein unterschiedliches Datenbank-Objekt, was aber im Verhalten aus Sicht der Tests gleich sein soll. Das heißt, wenn ich zehn Tests habe, die die DB-Fixture benutzen und ich parametrisiere auf File, dann habe ich plötzlich 20 Testausführungen. Zehnmal mit dem einen, zehnmal mit dem anderen. Ich kann auch immer direkt bei einer Testfunktion, das ist auch ein häufiger Fall, wenn man zum Beispiel Parser hat für irgendwelche Config-Files oder sonstige Geschichten, dann hat man sowas wie, ich erwarte bei diesem Input folgenden Output, ich erwarte bei diesem Input folgenden Output, ich erwarte bei diesem Input folgenden Output. Und das kann ich dann schön abbilden, indem ich sage, ich schreibe in so einem Parametrize Marker, schreibe ich rein, das Argument 1, was die Testfunktion hier benutzt, das kann die Werte 2, 4 und 7 annehmen und ich kann auch zwei Parameter gleichzeitig parametrisieren, ich kann also sagen, die Kombination von Arc 1 und Arc 2, die soll genau in diesen beiden Kombinationen ablaufen und der Test kann dann eben einfach diese Parameter verwenden und er wird eben auch genauso oft ausgeführt, also im ersten Fall sind das also drei Tests, die ablaufen und hier sind es zwei Tests, weil hier zwei Items in der Liste sind und das ist natürlich auch komplett kombinierbar mit den anderen Parametrisierungen, also wenn ich jetzt hier noch ein db-Argument zum Beispiel kriege, dann ist das kombinatorisch, also wenn ich vorher 10 Argumente mit MySQL, 10 Tests mit MySQL hatte und 10 Tests mit Postgres Driver und jetzt nochmal hier parametrisiere auf einer einzelnen Testfunktion, dann wird das hier auch und dann noch ein db-Argument hier reinnehme, dann wird das sozusagen auch kombinatorisch alles ausgeführt und ich sehe dann im Traceback, welche Kombination irgendwie genau fehlgeschlagen ist. Braucht man nicht gleich zu anfangen, aber so etwas kann zum Teil, wenn man sein System immer weiter erweitert, kann das sehr hilfreich sein. Ganz wichtiges Feature, ganz oft in etwas komplexeren Projekten hängt eine Fixture, zum Beispiel das Applikationsobjekt, hängt von Login-Daten ab, es hängt von einem Datenbank-Backend ab, es hängt vielleicht noch von einem Konfigurationsoption ab und das lässt sich abbilden, indem ich in einer Fixture eine andere Fixture benutze. Genau wie in der Testfunktion kann ich einfach in einer Fixture-Funktion sagen, ich brauche jetzt für dieses db-basierte Objekt, App-Objekt, brauche ich eine Datenbank und das wird dann irgendwie bereits initialisiert sein, da werde ich ein paar Tables irgendwie schon gemacht haben, die halt applikationsspezifisch sind und kann dann eben dieses db-App verwenden und die Fixture selbst verwendet das normale sozusagen raw Database-Objekt und kann sozusagen mir so langsam meine Fixtures modular aufbauen. Das braucht das, das braucht Autentikation, das braucht Datenbank, das braucht das und diese Fixture kann ich dann eben in einem higher level functional test einfach benutzen und muss mich nicht genau darum kümmern wie das genau alles aufgesetzt wird in welcher Instanzationsreinfolge und das heißt, dass ich mich nicht repieten muss, also ich muss nicht ständig wiederholen muss auf deutsch, das heißt, ich muss nicht irgendwie die Sachen ständig replizieren, wie ich irgendwas aufsetze, ich habe eine Sache, die setzt mir zurückgreifen und kann also auch meine Fixtures sehr modular aufbauen und schreibe das nur einmal hin. Manchmal ist es so, dass man nicht überall Funktionsargumente reinschreiben will, also momentan ist es ja so, ich muss sowohl in den Fixture, vor allen Dingen aber in den Testfunktionen muss ich wirklich angeben, von was hänge ich hier ab, ich brauche ein Applikationsobjekt, ich brauche das, ich brauche Marker zum Beispiel auf die ganze Klasse zu beziehen und zu sagen, naja, ich möchte jetzt, dass für jede Methode hier gilt, dass die Clean-Dier Fixture aufgerufen wird. Und Clean-Dier kann zum Beispiel etwas sein, was ein neues temporäres Directory benutzt und dann einen Change, die er macht, genau in diesem Test, das heißt, ich kann sicherstellen, dass jeder Test startet in einem neuen Empty Directory, wo nichts drin ist. Oder zum Beispiel in einem Environment startet, wo ein Config-File drin ist. Und jeder Test macht das und der Test geht einfach davon aus, dass er in einer richtigen Directory ist, aber muss aber nicht überall hinschreiben, clean dir, clean dir, clean dir, weil er die Fixture selbst gar nicht braucht. Das ist sozusagen eher so eine Art Environment Geschichte, die für mich in dem Fall einfach gilt. Und das erlaubt mir also dann eben nicht alles wiederholen zu ich die Fixture in die Funktionsdeklaration reinschreibe oder wenn ich sage Use Fixtures, dann ist das explizit. Ist ja immer sehr gut. Explizit heißt, ich sage ganz genau, ich möchte diese Fixture und diese Fixture hier aktiv haben. Es gibt auch eine implizite Variante, auf öffentlichen Druck hin eingeführt, macht aber auch Sinn in einigen Fällen, nämlich, dass ich eine Auto-Use Fixture habe. Wenn ich eine Auto-Use Fixture Funktion definiere, dann ist mir das völlig egal, ob das irgendeinen Test explizit haben will, sondern ich werde immer zu Anfang hier zum Beispiel mit dem Scope Session sagen, das Ding soll ablaufen. Das macht irgendwas ganz Grundsätzliches. Also irgendwie so, dass die Tests gar nicht mitkriegen, dass sie das brauchen. Also nicht so direkt jedenfalls. Aber es wird auf jeden Fall ausgeführt, bevor der erste Test hier abläuft im gesamten System, wird das hier ausgeführt. Das ist also eine Möglichkeit, wie man irgendwas ganz Globales vorbereiten kann oder zum Beispiel auch Dependencies abcheckt, dass irgendwie alles da ist, was man braucht, dass dann nicht irgendwelche komischen Tracebacks entstehen, sondern eine ganz klare Fehlermeldung oder oder. Das ist auch eine Sache, die lässt sich mit Unit Cooks, die man auch in seinem Projekt verwenden kann. Also ich kann ja dieses Conf-Test Plugin schreiben, was ein lokales Plugin nur für mein Projekt ist. Und Fixtures ist auch interessant. Das heißt, ich kann zum Beispiel, das ist der komplette Code, den man braucht, um eine Kommandozeilen Option einzuführen und die dann in einer Fixture zu verwenden. Also ich sage hier, es gibt hier eine neue Option, die heißt MyOpt, das ist im Prinzip so ein ArcPath dahinter und ich kann dann über Request Config Option diese Option einfach zugreifen. Wenn ich also irgendwie einen bestimmten Port oder irgendeinen bestimmten Modus in dem meine Applikation laufen soll, habe, dann kann ich das auf diese Weise konfigurierbar machen, das heißt, ich gehe in das Projekt rein und sage pytest minus help und dann stehen ganz unten die projektspezifischen Optionen, hochzufahren. Yes? Warum ist das keine Decorator über der Plugin-Funktion? Ja, das ist die Art und Weise, da rede ich jetzt in diesem Talk nicht so wahnsinnig viel drüber, das ist die Art und Weise, wie Plugin-Funktionen implementiert werden in pytest, ist, dass sie dieses pytest underscore prefix haben und da braucht man erstmal im einfachen Fall braucht man da keinen Decorator. Wenn ich also es ist allerdings so, also vielleicht zeige ich das mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier muss ich hier irgendwie raus, wenn ich ist das einigermaßen lesbar? Wenn ich hier einfach jetzt einen pytest add option reinschreibe, dann wird das automatisch aufgerufen, das heißt, wenn ich jetzt das hier aufrufe, dann sozusagen fliegt es da raus und ich muss aber auch nichts markieren, also in dem conf-test-File wird das einfach gefunden, jetzt nehmen wir mal an, ich vertippe mich und schreibe sowas, dann wird mir PyTest sagen, Plugin Validation Error, es gibt keinen Hook, der add option heißt. Oder wenn ich sage add option und ich sage nicht parser, sondern ich sage irgendwie config, weil ich denke, ich kriege da ein config Objekt, dann sagt er, die eigentliche Definition von dem Hook ist PyTest add option, die ich gemacht habe, aber das einzige, was es gibt, ist parser als Argument. Und wenn ich da sozusagen irgendwann das richtige per try and error habe, dann komme ich zu diesem 0,0 und kann dann eben add option sagen. Das heißt, es ist komplett namensbasiert, die Detection genau wie bei den Tests auch. Die Tests fangen ja an mit Test underscore oder eben die Klasse mit großem Test. Es ist auch denkbar, dass man in Zukunft das auch zusätzlich auch erlaubt, über einen Decorator zu machen, dass man sagt, das ist ein Plug-in-Hook, aber es hat sich eigentlich jetzt in der realen Usage bisher noch niemand beschwert. Es ist vielleicht sozusagen zu Anfang mit dieser Namenskonvention was zu machen, aber es ist auch, man muss halt jetzt hier auch nicht wissen, wie heißt der Decorator oder irgendwas. Man merkt sich eine Sache, die Dinger heißen halt so. Und Das stimmt, ja, ja. Aber die Fixtures sind halt auch noch eine Sache, also die Plug-in-Hooks benutzt man mittlerweile über das neue Fixture-System benutzt man die Plug-in-Hooks nicht mehr so wahnsinnig viel. Man kann aber auch immer, wenn man sich, die sind auch referenziert auf der Webseite, es gibt eine Hook-Spezifikation, da ist also, die sind aber auch auf der Webseite auf der Plug-in-Page definiert, da sieht man genau, wie die ganzen Hooks definiert sind. Also was gibt es alles? Zum Beispiel kann ich neue Hooks dazu fügen, es gibt das Add-Option, das ist dann hier, wenn man mit Zwingst das Ganze sich anschaut, natürlich ein bisschen schöner, weil das alles schön dann cross-referenziert ist. Und so gibt es halt eine ganze Reihe von Hooks. Also vielleicht zur Info, PyTest selbst besteht aus ungefähr 300 Zeilen Code und alles andere sind Plug-ins. Es gibt sozusagen nur das Plug-in-System und auch alle internen Sachen sind komplett in Plug-ins. Also wenn ihr euch irgendein File anguckt, das arbeitet alles über diese Plug-in-Hooks. Also die gesamte Art und Weise, deswegen kann man auch alles customisen, weil sozusagen es sich auch gegenseitig alles so mit Hooks aufruft. Das war sozusagen ein Ziel, was ich hatte, als ich das eingeführt habe oder was mehrere Personen hatten, dass wir wirklich sicher sein können, dass das Ganze auch alles customisbar ist. Es werden immer mal wieder auch Hooks hinzugefügt, die aber nichts daran ändern, dass die alten Plug-ins funktionieren. Also die allermeisten Plug-ins von vor drei Jahren, die funktionieren heute immer noch, auch mit neuen PyTest-Versionen. Aber wie gesagt, Plug-ins sind jetzt nicht ganz der Hauptteil des Talks, weil das geht ein bisschen mehr noch ins Eingemachte vielleicht, Fixtures. Okay, also wir haben, um das zusammenzufassen, wir können also Ressourcen, Objekte in Testfunktionen reingeben, die können einfach sagen, was sie brauchen und ich kann mit, ich kann auch, ich kann die Lifetime festlegen von der Fixture, sagen, in welchem Caching-Scope sie eigentlich stattfinden soll, ob die ganze Session oder Pro-Funktion und so weiter. Ich kann auch Auto-Use-Fixtures definieren, also Fixtures, die immer ablaufen. Das ist dann so ähnlich eigentlich wie bei Unit-Test, wo ich Setup underscore Module sage. In einem Setup underscore Module oder Setup, sorry, Setup Module mit großem M, das läuft ja auch immer ab. Also sozusagen, es ist ja implizit, dass dieses Setup Module für das gesamte Modul immer aufgerufen wird, bevor irgendein Test abläuft. Und die Entsprechung bei PyTest ist dann eben diese Auto-Use-Fixture und eben die ganze Parametrisierung, sowohl von den Fixture-Funktionen als auch von den Test-Funktionen. Das muss man nicht alles gleichzeitig einsetzen. Man kann auch wirklich einfach mit ganz einfachen Fixtures anfangen und in seinem Test sie benutzen und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, ich brauche irgendwas anderes noch, dann guckt man halt in Dokumentationen und guckt, wie man das dann macht. PyTest Unlows ist ja ursprünglich mal ein Clone gewesen von PyTest, ist auch sehr, sehr, sehr populär immer noch, ist aber natürlich auch völlig unabhängig entwickelt. Wenn ihr euch Nose 2 anguckt, das ist gerade eine Neuentwicklung von Jason Pellerin und euch die Design Principles anguckt, das sind eigentlich fast alles Sachen, die PyTest jetzt schon so macht. Da gibt es jetzt aber keine Kollaboration, ich weiß nicht ganz genau, was der Stand von Nose 2 ist, die meisten werden sicherlich das derzeitige Nose 1.3.0 benutzen. Es gibt aber viele, viele gemeinsame Ideen, die in beiden Frameworks definiert sind und Nose hatte auch als erstes Plugins, das bekam PyTest erst 2008 und man kann mit PyTest die Nose Core-API bedienen, zum Beispiel das Woosh-Project, dieses Search-Engine, die haben erst Nose benutzt und haben dann mit einer Viertelstunde Aufwand das so gemacht, dass sie PyTest benutzen können und sind dann sozusagen schrittweise migriert. Da waren sie sehr glücklich drüber, dass sie einfach ihre Nose-Test-Suite einfach laufen lassen können mit PyTest, weil dann muss man nicht gleich alles umstellen, sondern kann so langsam anfangen, sich irgendwie neue Fixtures zu definieren und dann so das langsam portieren und dieses Incremental-Porting ist halt auch ein Ziel, dass das möglich ist, dass man also nicht alles auf einmal umstellen muss. Das gleiche gilt mit Unit-Test. Ich hatte schon zwischendurch jetzt einige Unterschiede definiert. Ich würde sagen, es gibt natürlich diverse Extensions für Unit-Test, also damit kann man auch eine ganze Menge Sachen machen, aber die sind dann eben meistens Inheritance-basiert und nicht so ganz einfach in verschiedenen Projekten dann einzusetzen und auch nicht als Installable Plugin. Man kann nicht einfach zu PyPy gehen und sagen, oh ja, gib mir das mal, da muss ich immer noch genau wissen, wie ich da irgendwas mit einbinde und es gibt auch kein verteiltes Testing bei Unit-Test. Auch da gilt, ich kann mit PyTest die Unit-Test-basierten Sachen ablaufen lassen, auch Trial zum Beispiel, also die Twisted-Unit-Tests, Test-Cases, auch die funktionieren in der Regel mit PyTest und kann also auch da, wenn ich will, erstens die Plugins benutzen von PyTest, zweitens aber auch inkrementell portieren. Christian, habe ich hier mal hervorgehoben, hat das für sein Batou-Projekt, was er hier auch vorgestellt hat, auf der PyPy-Konferenz gemacht tatsächlich und hat da anscheinend keine Probleme, ist natürlich immer sehr schön zu hören. Also auch mit Skips und diversen anderen Features von Unit-Test klappt das eigentlich ganz gut. Gut, Plugins, gibt es eine ganze Reihe, wir arbeiten gerade dran, beziehungsweise Bruno Oliveira aus Brasilien arbeitet gerade dran, da eine schöne Page zu machen. Ihr könnt das natürlich auf PyPy auch suchen, was es alles an Plugins gibt. Wir arbeiten aber dran, das zeige ich euch kurz, an einer Webpage, die so aussieht und besser aussehen wird noch, wo also alle Plugins aufgelistet sind, derzeit alphabetisch und dann werden wir auch genau anzeigen, was funktioniert auf Python 2 und Python 3, wo sind die Plugins verifiziert, kompatibel zu der neuesten PyTest-Version und auch die Repository-Locations, wenn man irgendein neues Feature dazu bauen will und so ist man ein bisschen die Kollaborationen bei diesen ganzen Plugins vereinfacht. Man kann das aber dann auch einfach auf der PyTest-Page durchgehen und sich gucken, ob man irgendwas Besonderes braucht, also Couch-DB-Integration, Coverage natürlich sehr wichtig, das zeige ich noch kurz. DB-Fixtures ist für vier oder fünf verschiedene Datenbanken Fixtures, die sozusagen schon vordefiniert sind. Dann installiert das Plugin einfach und kann einfach die Fixtures benutzen mit den entsprechenden Datenbanken. Django natürlich auch, um Django-Tests ablaufen zu lassen, entweder die nativen Django-Tests, wie ich sie schon geschrieben habe, oder auch eben mit den Fixtures, die man im PyTest benutzen kann und so weiter. Genau, also dazu gibt es natürlich auch noch viel zu sagen, aber das schaffe ich jetzt in der Zeit nicht mehr. Coverage vielleicht noch, kann man sich auch einfach installieren als Plugin und dann angeben, ich möchte zu diesem Pfad jetzt mal wissen, wie ist da die Coverage und dann kann man entweder sich einen HTML-Report ausgeben lassen, das benutzt einfach das von NetBachelor, das Coverage-Modul intern und hilft einem halt ein bisschen Coverage-Analyse zu machen, auch XML-Files kann man natürlich generieren, wenn man das in Jenkins integrieren will und so weiter. Distribution ist auch sehr einfach zu benutzen, man sagt einfach PyTest X-Dist, Plugin installieren, danach habe ich eine Option, die heißt Minus N, das sind die Anzahl der Subprozesse, die ich laufen lassen will und dann läuft das sozusagen vierfach parallel laufen alle meine Tests, sie werden sozusagen load-balanced auf diese Subprozesse oder wer mit C-Extensions oder C++ Sachen macht, das Plugin erlaubt, das ist nicht so bekannt, aber es ist ganz interessant, eine Option, die heißt Minus Minus Boxed, damit wird jeder Test in, das geht nur unter Unix und Mac, wird geforkt, sodass der also auch Seg-Faulten kann, der kann also irgendwas machen, wo ein Seg-Fault passiert und dann wird das trotzdem, bricht das nicht den Test-Run ab, sondern wird einem angezeigt, hier ist ein Segmentation-Fault in diesem Test und man kann sich vielleicht noch das Core-Dump angucken und solche Geschichten. Interessant, neues Feature, PyTest 2.4, wer Context-Manager kennt, dem wird das vertraut vorkommen, ich kann also, wenn ich Finalizer, ich kann in jeder Fixture-Funktion Finalizer, auch über das Request-Objekt, das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, registrieren, kann also sagen, diese Fixture, wenn sie nicht mehr benutzt wird, dann soll sie folgendermaßen abgerissen werden, mit dem PyTest 2.4-Feature ist es noch ein bisschen netter, da kann ich, oder netter zumindest, wenn man Context-Manager kennt, dort kann ich sagen, ich habe also alles, was vor dem Gealed ist, ist das Setup quasi von dieser Fixture, dann gebe ich den eigentlichen Wert zurück und dann wird von PyTest, wenn die Fixture nicht mehr benutzt wird, sozusagen die Funktion nochmal aufgerufen. Ich kann also linieher untereinander schreiben, hier baue ich jetzt meine Fixture zusammen, jetzt gebe ich sie zurück, statt Return sage ich Gealed einmal und danach, wenn ich wieder aufgerufen, wenn es sozusagen weitergeht, die Exekution, dann kommt das Tier down. Und das Interessante daran ist, ups, das Interessante daran ist, dass ich das integrieren kann mit Context-Managern. Wenn ich also zum Beispiel einen Context-Manager habe von einer Datenbank, wo ich etwas ablaufen lasse in einer Transaction, dann kann ich auf diese Weise die Fixture schreiben und das wird genau das Richtige tun. Also während die Tests ablaufen, diese Fixture brauchen, während ein Test abläuft und diese Fixture braucht, kriegt er also hier ein Applikationsobjekt und das läuft dann innerhalb der Transaktion ab, das heißt, wenn der Test fertig ist, dann wird auf diese Weise einfach die Transaktion zurückgerollt. Und das erledigt halt der Context-Manager. Genau. Skip X-Fail ist ein bisschen netter geworden, ist vielleicht jetzt aufgrund der Zeit besser nochmal in den Release-Notes nachzulesen. Man kann sehr schön sich in seinem Projekt definieren, auf welche Arten und Konditionen will ich irgendwie bestimmte Tests nicht laufen lassen und kann mir dann so Dekoratoren definieren auf diese Weise, die ich dann einfach nur verwende in meinen Testmodulen und zu sagen, das geht nur auf Pi 3.3, das geht nur mit dem Backend und so weiter und kann auch in einer Fixture-Funktion dann sagen, ach nee, wenn ich auf Python 3.3 bin, dann geht der Postgres-Driver nicht, also mache ich dann Skip und so weiter. Also vielleicht als Zusammenfassung, ich glaube, auch aus meiner jetzt so ungefähr über 10-jährigen Erfahrung mit Testen, es ist wirklich wichtig, sich ein bisschen Gedanken genauso wie bei einer Applikation zu machen, wie ich meine ganzen Tests organisiere. Das hilft einem dann später wesentlich, auch die Applikationen weiterentwickeln zu können, ohne dass man irgendwie Angst hat vor seiner Test-Suite, die zu verändern, weil es irgendwie so viele Tests mittlerweile sind, dann will ich nicht mehr refactoren, weil ich muss dann auch noch die ganzen Tests refactoren, das ist halt einfach nicht schön. Man kann einiges tun, damit das Reporting bei den Failures besser ist, PyTest tut selbst einiges, man kann aber auch selbst noch was hinzufügen, was einem hilft, auch aus einem Continuous Integration System dann den Report zu verstehen. Man kann also bei den Headern zum Beispiel bei PyTest was hinzufügen, kann irgendwie Datenbankversionen, alles mögliche noch mit reinschreiben, man kann zum Schluss nochmal irgendwie ein paar Informationen mit dazuschreiben, sodass wenn ich dann im Continuous Integration rein gucke, sehe ich wesentlich mehr Informationen, die mir dann helfen zu verstehen, wie läuft das genau ab. Mein genereller Tipp ist auch, Mocking möglichst spärlich zu verwenden. Da könnte ich selbst eine Stunde drüber reden, warum ich das der Meinung bin, aber ich bin, fragt mich einfach, wenn ihr es genauer wissen wollt. Okay, Future Work noch, damit schließe ich dann ab. Es gibt eine ganze Reihe Sachen, die derzeit diskutiert werden, wo ich teilweise drin hänge, aber auch teilweise nicht. Eine Sache, die immer wieder mal gesagt wird von einigen Leuten ist, dass sie ganz gerne noch ein bisschen mehr, dass sie kürzere Tracebacks haben wollen. Andere wollen, dass das verteilte Testen noch ein bisschen so weit optimiert wird, dass es eine Test Suite insgesamt optimaler verteilt, auf die ganzen Nodes besser abläuft. Andere wollen, dass PyTest sich mit Tox mehr integriert, weil da definiert ist, wie ich auf verschiedenen Interpretern irgendwie was installieren muss, dass ich dann einfach sagen kann, okay, jetzt mach das mal alles im Parallel. Dann gibt es manchmal Fixtures, die, wenn ich einen Test Run verteile auf mehrere Nodes, wo ich trotzdem nur einen Web-Server haben will, einen Applikations-Server und die sollen alle gleichzeitig konkurrierend zugreifen auf diese eine Instanz. Derzeit ist es so, dass eine Session-Scoped Fixture wirklich nur für den Prozess gilt. Also eigentlich müsste es Prozess heißen, wenn man es ganz genau nimmt. Sozusagen sie ist Prozess global, aber nicht über den gesamten Test Run, wenn ich mehrere Prozesse habe. Capture Log Plugin auch sehr zu empfehlen, wer das Logging-Modul verwendet, sollte immer auch das Capture Log Plugin installieren. Das zeigt einem dann für den Test spezifisch, welche Log-Ausgaben während dieses Tests ausgegeben wurden. Das wird wahrscheinlich integriert werden, weil es im Prinzip ja auch ein Standard-Library-Modul ist und insofern auch nicht unbedingt ein externes Plugin sein muss. Und dann gibt es noch PyTest Cache. Das ist auch sehr nett, weil es erlaubt einem das interaktive Arbeiten mit Failure-Sets. Also ich habe einen Test Run, 500 Tests, sieben schlagen fehl und dann lasse ich das irgendwie laufen und stelle fest, ah Mist, jetzt habe ich irgendwie vergessen PDB zu sagen. Ich will jetzt mal bei den ersten Tests mir ein PDB angucken und wenn ich PyTest Cache habe, dann kann ich sagen minus minus Last First oder LF, sorry, Failure First, kann ich also sagen, lass erst nochmal die Tests zu Anfang ablaufen, die gefailed sind, bevor die ganzen anderen ablaufen. Oder ich sage zum Beispiel, lass nur ablaufen die letzten Failures. Ich will nicht wissen, was noch alles abgepasst hat und dann kann ich mit diesem Working Set arbeiten, die so langsam fixen dieses Working Set interaktiv runterkriegen, immer zwischendurch mal in PDB reingehen oder irgendwas, bis ich dann bei Null bin und dann gibt es wieder einen kompletten Test Run. Das geht sehr schön interaktiv. Das wollen wir wahrscheinlich auch in den Core mit übernehmen und genau. Ansonsten gibt es auch die Idee, dass wir über ein Crowdfunding-Ding diese ganzen Features und noch ein paar andere irgendwie so sortieren, wie das von Leuten gewünscht wird und dann halt mal schauen, ob wir das ein bisschen beschleunigt kriegen, weil diese ganzen Sachen würden sicherlich jetzt mindestens ein Jahr dauern oder vielleicht auch anderthalb, bis das wirklich dann alles da ist und wenn halt genügend Interesse besteht, dann kann das halt auch in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr schon alles da sein, aber dazu müssten halt Leute dann auch entsprechend fulltime dran arbeiten können. Da schauen wir mal. Training, es gibt es ganz viel, gerade zur Sekunde macht Karl Mayer in San Francisco eins bei einer großen Firma, ich mache eins im November in der Ukraine und es gibt auch in Deutschland einen dreitägigen Kurs bei der Python Academy in Leipzig jetzt Ende November und wir sind auch immer bereit, sozusagen auch zu Firmen direkt hinzukommen oder eben auch in Leipzig was zu machen, falls da Bedarf besteht. Gut, das war es soweit. Danke. Okay, vielen Dank. Fragen? Vielen Dank für den Vortrag, das war sehr schön. Gibt es eine Unterstützung für Doc-Tests und kann man da Virtual Environment Projects mit testen, also von außen, also wenn ich mir so ein Verzeichnis vorstelle mit ganz vielen Ordnern, wo jeweils ein anderes Virtual Environment Project drin ist, kann ich die zum Beispiel damit, oder gibt es da Hilfestellungen, wie ich die der Reihe nach abtesten könnte? Erstmal zur ersten Frage, ja, Doc-Tests werden direkt im Core mit unterstützt. Ich benutze es selbst nicht, also Doc-Tests viel, aber der Danilo Bellini, der arbeitet daran, das mit den Doc-Tests immer ein bisschen schöner zu machen, haben wir eher selbst das halt viel benutzt und der ist da womöglich auch offen, wenn weitere Vorschläge kommen, wie man das verbessern kann. Das ist, die Option heißt, siehst du mit Minus-Minus-Doc-Test, Minus-Minus-Doc-Test Modules oder andere Optionen, glaube ich, auch noch und es gibt auch auf der Webseite Doc-Test Dokumentationen. Zu der anderen Frage, Virtual Enfs hat erstmal PyTest selbst nichts mit zu tun, wobei es natürlich immer empfehlsam ist, in Virtual Enfs zu arbeiten. Ich habe selbst in meinen Projekten an zwei, drei verschiedenen Stellen eine Virtual Enf Fixture, die also folgendes macht, die guckt, habe ich schon eine Virtual Enf erzeugt mit bestimmten Dependencies? Wenn ja, benutze ich das einfach nochmal, wenn nicht, dann kreiere ich das und dann gebe ich quasi das als Fixture zurück, wo das Bin-Verzeichnis ist, sodass also dann die Tests einfach nur noch sagen müssen, gib mir das Kommando, gib mir das Kommando und dann Kommando zu einen Aufruf machen. Das mache ich ziemlich viel. Also das ist aber auch wirklich, das sind zehn Zeilen Code. Man könnte sicherlich auch mal überlegen, ob es einen PyTest Virtual Enf gibt, was das ein für alle Mal irgendwie in einer schönen dokumentierten API anbietet. Habe ich jetzt selbst noch nicht das Bedürfnis verspürt, aber kann gerne jemand machen. Also es ist recht simpel, denke ich, das zu machen. Also entweder im Projekt selbst mit Konftest anfangen, es einfach da machen, wo man das Gefühl hat, ach, das will ich jetzt mal uploaden, dann einfach das eben auf Pipee uploaden, dann können das auch andere nutzen. Weitere Fragen? Nee. Alle resten sind schockt. Gut. Ja, passt so, allumfassend erklärt wahrscheinlich. Können, nochmal vielen Dank. Danke. Und es geht hier in gut fünf Minuten weiter. auch nett. Ja, ich mache es ja super Seiten. Geht ja fast immer nur Englisch. Nee, das ist ja super gut. Ich leide an der besten also für den Portfax auch einer der von der von den ich leide an der besten in der Sinne. Echt? Schön. Ja. 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 Okay, noch mal zumit patrol. Aber das ist doch safters, wenn uns da ja machen wir das was ist. Ja. Ja. Nee, das stimmt nicht. Du musst dann schon nicht, lass ich mich sagen. Du musst die Ziele in Bayern, wenn es gut ist. Du musst noch ein bisschen schauen, oder nicht? Entschuldigung. Nee, das braucht für mich das Erden, das Erden. Ah ja. Auch für Windows, ja. Ist das nicht drauf? Ja, aber ich will das jetzt rein. Danke. Danke. Achso, nur noch eine kurze. Da hatte ich noch ein Netzteil, das ist der Netzteil? Ach, wie der hat der Netzteil? Ah, da. Ja. Na, da. Und da ist ein Pischeld Gewick. Auch für neue scissors. Ah, ja, ja. So, dann möchte ich das mal machen. 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 Hallo. So, dann möchte ich das mal machen. So, dann möchte ich das mal. So, dann möchte ich das mal. So, dann möchte ich das mal machen. So, dann möchte ich das mal.